In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man ein wissenschaftlicher Taschenrechner, abgekürzt WTR, benutzen kann, um binomialverteilte Aufgaben oder Bernoulli-Experimente zu lösen. Für den Anfang werden wir uns ein paar wichtige Eigenschaften der Binomialverteilung anschauen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. In erster Reihe, was euch eigentlich schon bekannt sein sollte in Verbindung mit Bernoulli-Experimente, ist natürlich die sogenannte Bernoulli-Formel. Hier erkennen wir die drei Parameter n, p und k, die für eine binomialverteilte Aufgabe eine Rolle spielen und die wollen wir an dieser Stelle kurz wiederholen. Also, n ist immer die Anzahl der Versuche, offiziell auch Stichprobenumfang oder Kettenlänge genannt. k ist die Anzahl der Treffer und p selbstverständlich die Trefferwahrscheinlichkeit. Es gibt außerdem noch zwei weitere Größen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein können, vor allem bei den komplexeren Aufgaben. Um sie besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt auf der rechten Seite ein sogenannter Histogramm. Zur Erinnerung, dass es die Art und Weise, wie man Binomialverteilung grafisch darstellt. In erster Reihe solltet ihr euch an dieser Stelle erinnern, dass die Trefferzahl unter dem längsten Balken immer der sogenannte Erwartungswert ist. Erwartungswert wird mit der griechischen Buchstabe m abgekürzt und wird μ gelesen. Auf der linken Seite zur Erinnerung die Formel, μ ist gleich n mal p. Und dieser Erwartungswert ist einfach die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, wie man das auch an den Histogrammen erkennen kann. Außerdem gibt es noch die Standardabweichung. Links auch die Formel eingeblendet. Und die Standardabweichung gibt an, sehr vereinfacht formuliert, wie weit die einzelnen Werte im Durchschnitt von diesem Erwartungswert abweichen. Denkt daran, die Bernoulli-Formel sowie die zwei unteren Formeln, die abgebildet sind, findet ihr in jeder Merkhilfe, die für die Abiturprüfung zugelassen ist. Und noch einen Hinweis an dieser Stelle. Komplexere Aufgaben, wo dieser Wartungswert und die Standardabweichung auch eine Rolle spielen, werde ich in diesem Tutorial nicht behandeln. Ein passendes Tutorial dazu findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Und jetzt ist es an der Zeit, uns anzuschauen, welche Taschenrechnenbefehle überhaupt gibt, beziehungsweise wie sie uns weiterhelfen können. Unser erster Taschenrechnenbefehl lautet Binomial-PDF oder Binomial-Dichte. Wieso zwei Begriffe dafür? Naja, es gibt zwei übliche Taschenrechner im Umlauf. Einmal von Texas, da heißt dieser Befehl Binomial-PDF oder manchmal auch Binomial-PD. Und einer von Casio, da heißt das gleiche Befehl Binomial-Dichte. Dieser Befehl liefert die Wahrscheinlichkeit für eine genaue Anzahl von Treffern. Auf der rechten Seite versuchen wir uns, das besser vorzustellen anhand eines Histogramms. Wenn ihr zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollt, dass ihr genau zwei Treffer habt, dann könnt ihr natürlich diesen Befehl nutzen. Entsprechend die passenden Werte für NP und K eingeben. Und damit habt ihr die Wahrscheinlichkeit. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ihr dadurch eigentlich eine Bernoulli-Formel ausrechnet. Und genau das ist die Bedeutung dieses Befehls. Es ist eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit, um eine Bernoulli-Formel auszurechnen. Unser zweiter Befehl lautet Binomial-CDF bei dem Texas-Taschenrechner und kumulierte Binomial-Verteilung bei dem Casio-Taschenrechner. Übrigens, die Abkürzung, die ihr da sieht, Cumul Binomial-V, ist die tatsächliche Abkürzung aus dem Taschenrechner. Naja, zugegeben, ein gewisser Programmierer bei dem Casio-Taschenrechner hat sich nicht wirklich viel Mühe gegeben. Aber wenn man es ein paar Mal anwendet, dann findet man sich damit ab, mit dieser Abkürzung. Okay, jetzt. Dieser Befehl ist in der Lage, die Wahrscheinlichkeit für mehrere Trefferzahlen zu bestimmen, angefangen mit 0. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns wieder ein Histogramm an. Also, wir nehmen an, wir wollen jetzt die Gesamtwahrscheinlichkeit für die Trefferzahlen 0, 1 und 2 bestimmen. Oder vereinfacht formulieren, die Wahrscheinlichkeit für höchstens zwei Treffer. Unser Ansatz sieht wie links unten aus, p von x kleiner gleich 2. Und indem wir die passenden Werte für n, p und die 2 für k einsetzen im Taschenrechner, habt ihr dann gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für alle diese Trefferzahlen. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle, dieses Wort kumuliert kann man in diesem Bereich der Mathematik sehr vereinfacht als zusammengezählt oder addiert sehen. Das heißt, dieser Befehl zählt die Wahrscheinlichkeiten von mehreren Bernoulli-Formeln für euch zusammen. Angefangen mit der Trefferzahlen 0. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, will ich noch eine Kleinigkeit zeigen, dass wahrscheinlich vielen Schüler das Leben vereinfachen wird bei den Sachaufgaben. Und zwar, es geht darum, Textstellen oder Formulierungen richtig zu interpretieren als mathematisches Symbol und daraus einen mathematischen Ausdruck oder einen Lösungsansatz zu bilden. Die erste und wahrscheinlich einfachste Formulierung wäre, eine genaue Anzahl von Treffern zu bestimmen. Passend das Symbol dafür wäre natürlich das Gleichzeichen. Und der mathematische Ausdruck lautet p von x gleich k. Dann gibt es natürlich noch höchstens eine gewisse Anzahl von Treffern. Symbol wäre dann kleiner gleich und der Ausdruck wäre dann p von x kleiner gleich k. Dann eine mindestens Anzahl von Treffern. Mindestens wird übersetzt mit größer gleich und passender Ansatz natürlich p von x größer gleich k. Dann gibt es noch weniger als eine gewisse Anzahl von Treffern. Weniger ist das kleiner Zeichen. Entsprechend p von x kleiner k. Und mehr als eine gewisse Anzahl von Treffern. Mehr ist natürlich das größer Zeichen. Und der Ausdruck lautet dann p von x größer k. Für den Fall, dass ihr Schwierigkeiten habt, diesen fünf Schlüsselwörtern passenden mathematischen Symbol zuzuordnen, hilft euch diese kleine Zusammenfassung den Überblick zu behalten. Und noch eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Wie wir vorher gesehen haben, kann der Taschenrechner eigentlich nur zwei Befehle ausführen. Einmal das hier fürs Gleichzeichen und einmal das für höchstens oder kleiner gleich. Das heißt für uns, alle anderen Zeichen müssen in höchstens umgeformt werden. Und genau das wird unsere Beschäftigung bei den Beispielaufgaben sein. Und jetzt sind wir endlich bei unserer Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Ein Blumenhändler gibt für seine Blumenzwiebeln eine 80%ige Keimgarantie. Jemand kauft eine Packung mit 8 Zwiebeln. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Keimen. Teilaufgabe A genau 6 und Teilaufgabe B höchstens 6 Zwiebeln. Für den Fall, dass euch das zu schnell ging, bitte drückt auf Pause und riecht euch in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Für den Anfang ist es natürlich wichtig herauszufinden, was N, P und K sind in der Aufgabenstellung. N und P findet ihr meistens und auch hier ganz oben in der Aufgabenstellung. Also bei Überfliegen sollte euch aufgefallen sein, dass in der Packung 8 Zwiebeln sind. Das wäre dann unser N. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Blumenzwiebel keimt, liegt bei 80%. Das bedeutet diese 80% oder 0,8 sind unsere Trefferwahrscheinlichkeit klein p. Das Ganze muss dann auch entsprechend richtig verpackt werden. Das heißt, die Zufallsvariable x muss unbedingt deklariert werden. Und in diesem Fall ist x binomial verteilt mit n gleich 8 und p gleich 0,8. Alternativ hier hinten, wenn ihr diese Schreibweise kennt, könnt ihr sie natürlich auch benutzen, Unterricht. Und x ist dann entsprechend die Anzahl der keimenden Blumenzwiebeln. Die Trefferzahl K findet man meistens in der Fragestellung, so auch hier. Also es sollen bei der ersten Teilaufgabe genau 6 Blumenzwiebel keimen. Das bedeutet diese 6 hier, das ist unser K. Jetzt, bevor wir einen Ansatz dazu bilden, schauen wir uns das Ganze nochmal anhand eines Histogramms. Also unsere Verteilung sieht so aus, von 0 bis 8 und wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau 6 Treffer haben oder dass genau 6 Zwiebel keimen. Dafür haben wir unseren ersten Taschenrechnerbefehl, was wir früher gesehen haben. Binomial PDF bei dem Texas Taschenrechner und Binomial Dichte bei dem Casio Taschenrechner. Und unser passender Ansatz lautet dann entsprechend B von x gleich 6. Bei dem Texas Taschenrechner könnt ihr bitte in Untermenü Single gehen. Und bei dem Casio Taschenrechner heißt das Menü Variable, wo ihr das Ganze eintippt. Und wenn ihr das gemacht habt, habe ich auch schon im Voraus vorbereitet, sollte praktisch 0,294 rauskommen. Die übliche Vorgabe bei solcher Aufgaben ist auf drei Stellen nach der Kommand zur Runde. Unsere zweite Teilaufgabe. Teilaufgabe B. Es sollen höchstens 6 Zwiebeln keimen. Auch hier können wir uns das Ganze anhand eines Histogramms anschauen. Das würde bedeuten, alles von 0 bis 6. Und das passende Taschenrechnerbefehl lautet jetzt Binomial CDF oder kumulierte Binomialverteilung. Unser Ansatz lautet dann P von x kleiner gleich 6. Und auch das kann man direkt in den Taschenrechner eintippen. Und dann haben wir ungefähr 0,497 als Ergebnis. Die ersten zwei Teilaufgaben A und B waren so die Standardsachen, die auch der Taschenrechner kann. Das bedeutet, ab hier wird es ein bisschen interessanter. Also die Aufgabenstellung habe ich oben beibehalten, aber die Fragestellungen haben sich geändert. Teilaufgabe C. Wir brauchen die Wahrscheinlichkeit, dass weniger als 5 Zwiebel keimen. Okay, schreiben können wir das Ganze so. P von x kleiner 5. Das bedeutet, weniger als 5. Und um diesen Ansatz besser zu verstehen, nehmen wir mal wieder unser Histogramm. Und überlegen, dass eigentlich weniger als 5 Zwiebel höchstens 4 bedeutet. Also, wir können einfach diesen Befehl umformeln in P von x kleiner gleich 4. Und jetzt kennt dieses Zeichen wie so unser Taschenrechner. Das ist erneut Binomial-CDF bzw. die kumulierte Binomialverteilung. Und ich habe auch das im Taschenrechner eingetippt. Und habe als Ergebnis 0,056. Bei der Teilaufgabe D wird es natürlich noch interessanter oder nerviger, wie auch immer ihr da sehen wollt. Wir suchen an dieser Stelle die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 5 Zwiebeln keimen. Und wenn wir einen Ansatz dafür hinschreiben, wird er wie folgt aussehen. Also P von x größer gleich 5. Gut, auch das versuchen wir uns zuerst an diesem Histogramm anzuschauen. Also das ist unsere Verteilung. Und die Wahrscheinlichkeit für mindestens 5 seht ihr hier eingeblendet. Das Problem, was wir haben, ist die Tatsache, dass der Taschenrechner nicht von 5 bis 8 die Bernoulli-Formel zusammenzählen kann, sondern nur von 0 auf bis zu einer gewissen Trefferzahl. Deshalb müssen wir ihn ein bisschen austricksen. Und zwar solltet ihr euch erinnern, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit immer 1 oder 100% beträgt. Wenn wir von dieser 1 dann den Bereich abziehen, was wir nicht brauchen, das ist der Bereich in diesem Fall von 0 bis 4, dann haben wir genau die gesuchte Wahrscheinlichkeit, die übrig bleibt. Also dieser Bereich von 0 bis 4 kann man auch abkürzen mit P von x kleiner gleich 4. Deshalb lautet jetzt die Umformung an dieser Stelle 1 minus P von x kleiner gleich 4. Und das kann man auch jetzt problemlos mit dem Taschenrechner ausrechnen. Für P von x kleiner gleich 4 nehmen wir natürlich wieder unser Binomial-CDF oder kumuliert. Und das habe ich auch schon im Taschenrechner ausgerechnet. Also zuerst das hier hinten ausrechnen und dann 1 minus das Ergebnis rechnen. Dabei kommt 0,944 raus. Ich werde jetzt an dieser Stelle noch eine kleine Teilaufgabe E hier einfügen, weil die Umformung sehr ähnlich ist mit der Teilaufgabe D. Also wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 4 Zwiebeln keimen. Ansatzweise können wir das Ganze so schreiben. P von x größer 4. Aber wenn ihr das Ganze ein bisschen näher überlegt, mehr als 4 bedeutet nichts anderes als mindestens 5. Also praktisch haben wir jetzt, spätestens jetzt den gleichen Ansatz wie oben. Das bedeutet auch die gleiche Umformung und das gleiche Ergebnis. Also auf diese Weise kann man auch diese Fragestellungen bearbeiten. Für den Fall, dass ihr dachtet, das war schon alles. Zwei Teilaufgaben kommen noch. Also die erste, dieser f, sollten wir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass mindestens 4 und höchstens 7 Zwiebeln keimen. Mathematisch können wir das Ganze auch so hinschreiben. Also das handelt sich jetzt um einen Bereich, für den wir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Er fängt bei 4 an. Deshalb als erstes schreiben wir hier x größer gleich 4. Das bedeutet mindestens 4. Und gleichzeitig sollen höchstens, also x kleiner gleich 7 sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie formen wir denn sowas um? Naja, wir könnten wieder unser Histogramm benutzen. Und der Bereich, den wir suchen, ist hier zwischen 4 und 7. Wir tricksen auch hier ein bisschen den Taschenrechner aus. Das bedeutet, wir könnten erstmal alles von 0 bis 7 ausrechnen. Das ist dann p von x kleiner gleich 7. Und dann wieder den Bereich abziehen, den wir nicht brauchen. Das ist der Bereich zwischen 0 und 3. Also p von x kleiner gleich 3. Was dann üblich bleibt, ist genau das von uns gesuchte Bereich zwischen 4 und 7. Also, die Umformul lautet dann an dieser Stelle p von x kleiner gleich 7 minus p von x kleiner gleich 3. Ich glaube, mittlerweile ist euch bekannt, welcher Taschenrechnenbefehl ihr hier nehmen müsst. Natürlich wieder Binomial-CDF oder die kumulierte Binomialverteilung. Und das habe ich bereits schon in den Taschenrechner eingetippt. Das Ergebnis lautet dann 0,822. Und wir sind tatsächlich bei der letzten Teilaufgabe. Wieso soll an dieser Stelle die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass weniger als 4 oder mehr als 6 Zwiebeln keimen? Wir brauchen natürlich erstmal einen mathematischen Ansatz. Und als kleiner Hinweis, dieses Wort hier, oder weist darauf hin, dass es eigentlich zwei verschiedene Bereiche sind, die ausgerechnet werden müssen. Das oder kann man in Wahrscheinlichkeitsrechnung auch als ein Pluszeichen sehen. Das bedeutet, einmal haben wir dieser weniger als 4. Das schreiben wir so hin. p von x kleiner 4. Und dann haben wir noch den Bereich, wo wir mehr als 6 haben. Das ist p von x und dann größer 6. Das ist mehr als 6. Gut. Wenn wir uns das Ganze jetzt an ein Histogramm wieder anschauen, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Also das sind die zwei Bereiche, die uns interessieren. Weniger als 4 bedeutet übersetzt höchstens 3 Treffer. Also die linke Seite wäre dann p von x kleiner gleich 3. Und die rechte Seite, mehr als 6, bedeutet mindestens 7 Treffer. Das ist dann p von x größer gleich 7. An dieser Stelle gibt es gute und weniger gute Nachrichten. Erste gute Nachricht ist p von x kleiner gleich 3 Kenntetaschenrechnung. Das ist diese Binomial-CDF oder kumulierte Binomialverteilung-Geschichte. Auf der rechten Seite müssen wir noch ein bisschen umformen. Und deshalb übernehme ich die linke Seite unverändert. Und bei der rechten Seite benutzen wir die Umformung von der Teilaufgabe d. Das war die mit dem Gegenereignis. Also plus 1 minus p von x kleiner gleich 6. Jede einzelne Wahrscheinlichkeit kann man getrennten Taschenrechner eintippen. Am Ende wieder alles auf einmal. Das Ergebnis lautet dann 0,514. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt noch einige Themen in diesem Zusammenhang, die für die Abitubriefung von Bedeutung sind. Wie zum Beispiel Binomialverteilung oder Bernoull-Experimente ohne Taschenrechner. Dann die Auswertung von Histogramme im Zusammenhang mit Erwartungswert und Standardabweichung. Ganz großes Kino ist das Problemlösen mit Binomialverteilung, wo NP oder K gesucht sind. Sowie die Hypothesentests. Einseitiger und zweiseitiger. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.